Wenn Kinder Süßigkeiten essen, es ist aber wenig und einigermaßen gesund, das macht ja Riesenspaß. Daran erinnert man sich ja auch. Ich habe zum Beispiel, ich kam aus einer Familie, war relativ arm und ich habe als Kinder sehr gerne Marsschokolade gegessen, diese Marsriegel. Und wir hatten aber so wenig Geld, dass ich halt nicht den ganzen Riegel essen konnte, dann wurde der Riegel geteilt. Ich musste den Riegel dann teilen, wurde durch das schwarze Papier geteilt mit meiner Schwester. Und dann habe ich immer so geteilt, dass meine Schwester ein Stückchen mehr bekam. Sehr großzügig. So war es natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich habe es meinen Gunsten geteilt, aber so ist es gelaufen.